schon wieder jacht diesmal am tag und diesmal bereich sichern und damit halt oderseits und willkommen zurück bei rainbow 6 siege da ist eine kamera von kamerafrau da 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 beim auszeiger bereich sichern ist eigentlich was für lesionen aber jetzt wo ich gerade bei cup kann man gucken vielleicht in der nächsten verteidigerrunde lang lang ist immer noch her dass ich bandit oder jäger gespielt habe aber ich sehe recht häufig irgendjemanden bandit oder jäger spielen das nicht so was wie mit alibi und maestro die ich ja spitzenklasse finde und die ich aber kaum woanders spielen sehe das ist dann einfach ich würde es mal geschmacknen da wäre zuletzt oder ich eben bei früher war alles anders und manches auch besser waren die dicken visiere bei bandit und jäger das war noch zeit dieser böse tachanka macht jemand die luke zu offenbar ja die lesion aha ich muss gar nicht wirklich sein ich kann mich auch so vor drohen verstecken ist tarnung aufgeflogen hier ist wichtiger als da beim treppenhaus gegenüber wir kriegen die ganze küche nicht verstärkt die drohne der gegner hat den gefahrgut behälter lokalisiert auf diese kante da hoffentlich kommt ich muss noch ein paar min platzieren ehe mein leben endet ich muss noch ein paar min platzieren ehe mein leben endet dann haben wir die tür eigentlich erstmal sicher da kann selbst termin aufmachen da ist mein gemien sicher kacke zwei offen warum werde ich von da beschossen direkt aufhalten ist aber auch kacke ohne emp und telefon naja kann hatte jetzt muss ich drüber stehen und sterben man von wo kam jetzt vom flur auf einmal ging alles schief okay vom flur aus konnte kopfschüsse nach belieben verteilen scheiße was war das denn alle waren sie mit ihrem handy beschäftigt oder wie pack doch die handys beim spielen weg da hat man dann wohl gerade mal togepis spezialfähigkeits bei der größten effektivität gesehen damit haben wir schon dann wieder immer zwölfmal sprengladung und eine claimer wir können verstärkte und verströmte wände aufmachen sogar doppelt aufmachen und wir haben sogar was gegen viele minen fios der bio gefahrgut behälter muss hier lokalisiert werden hi richtigen richter gehabt im richtigen moment gesprungen aber leider nur drei mitgenommen aber mit dem team sofort gesagt hier da ist der bereich und überhaupt die drei gegner sind schon mal im gegenteam das ist so kacke dass man da nicht unterm geländer hindurch fahren kann nicht die drohne zerquetschen lassen jetzt fahren links raus nein jetzt ins casino nein zwei fehlentscheidungen gleich hintereinander aber er lebt noch und frau frost ist aber spitz aus also frau frost so hier will ich gleich rein aber erst mal außen kamera hätte vielleicht doch aufspringen sollen weil es kratzer hell hier draußen ist aber schön dass es so ist wie es sein sollte kamera frau man guckt vom hellen ins dunkle und man sieht drinnen wenig so soll es sein so sollte es sein kacke man sieht echt nicht viel mit dem schnee noch dazu wo ist hier die außenkamera ich wurde schon wieder entdeckt ich glaube nicht dass die da im raum ist da ist holz draußen und zwar draußen müssen eh gleich rein ich gehe jetzt einfach mal rein blind ich mag dieses zimmer scheiße das lenkt mich jetzt ab und überhaupt ich werde halt gesehen oh kacke war die nach außen dass man mich gerade so noch drin sehen konnte ich sehe sie leider gerade überhaupt nicht leuchten ne ich will sie nicht finden vielleicht habt ihr sie entdeckt und schreibt sowieso in die kommentare oder ich finde sie dann selbst nochmal ach da ist sie ja ja 0 2 kapkan ist schon wieder weg und wir haben rekruts rekruten aus überzeugung nicht unbedingt ist eh schon weg jetzt haben wir sechs kontaktgranaten vorhin ganz viel spreng kram sprengladung jetzt wird wieder auf explosivmasse gesetzt wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen den raum sicher lookern 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 aber erstmal matten nein das ist gut überlegt das macht er schon oder gut nein das ist nicht gut wir müssen ja auch wieder rein hier ist ja nix hier außen wollen wir da zu machen ich mach zu auch wenn die gegner dann von hellen ins dunkle gucken müssen ich will einfach nicht dass sie reingucken können die drohne der gegner hat den bio gefahrgut behälter lokalisiert da will noch jemand versteckt haben da war wieder esch kommt hier noch jemand hoch offenbar nein dann erstmal minen platzieren da kommt er schon an macht genau da auf wo zugemacht werden sollte oder es war eher die kessel verstärkung ich werde schon wieder entdeckt was ist denn da geflogene drohne ich kann jetzt nicht handy gucken noch so viele gegner nein ja da wollte ich bestenfalls alle erwischen aber habe leider bloß einen verletzt bekommen jetzt hätte sich eine p90 gelohnt das haben sie echt gut gemacht absolut verdient die niederlage und der sieg für die gegner na passt auf dass er nicht ausrutscht ob Takipi nicht irgendwie kalt ist mit der Kleidung muss ich selbst wissen sie ist ja schon groß hey auf der 1 die beiden Verteidigerrunden waren ouch und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss